Hallo zu unserem neuesten Tutorial. Mein Name ist Hendrik Balani und ich zeige Ihnen heute, wie Sie mit der neuesten Winmax V1002 offene Taschen trochoidal bearbeiten können. Sie können nun also außerhalb des Bauteils eintauchen und anschließend die Tasche mit unseren Adaptipass Zyklen bearbeiten. Wie Sie das programmieren können, zeige ich Ihnen wie immer direkt an der Konsole. Ab der Softwareversion V10.2 können Sie offene Taschen mittels trochoidalen Bearbeitungen an Ihr Bauteil programmieren. Ein fertiges Bauteil sieht dann zum Beispiel so aus. Es wird also zunächst außerhalb des Bauteils gerade eingetaucht und im Anschluss die trochoidale Bearbeitung durchgeführt. Wenn Sie eine solche Kontur programmieren möchten, benötigen Sie einen neuen Datensatz, und zwar ein Linien- und Bögenfräsen, in dem Sie die offene Kontur als Segmente programmieren. Wir starten etwas außerhalb des Bauteils in X und auf unserer fertigen Kontur in Y. Unsere Tasche soll am Ende 5 mm tief werden und Sie arbeiten mit einem Schaftfräser mit dem Durchmesser 8. Die Werkzeugbahnkorrektur wählen wir als Tasche und dort haben Sie die Möglichkeit entweder trochoidal mit Adaptipass Zickzack oder Adaptipass Einweg zu arbeiten. Hinter diesen beiden Zyklen verbirgt sich das trochoidale Fräsen der Winmax Steuerung. Wenn Sie den Zyklus Zickzack auswählen erfolgt die Zustellbewegung sowohl im Gleich- als auch im Gegenlauf und wenn Sie den Zyklus Einweg nutzen erfolgt die Zustellung entweder nur im Gleichlauf oder nur im Gegenlauf. Die Auswahl hier hängt davon ab, welchen Werkstoff Sie mit welchem Werkzeug bearbeiten wollen. In unserem Beispiel arbeiten wir mit dem Adaptipass Einwegzyklus und einer seitlichen Zustellung von 30% des Fräserdurchmessers. In den nächsten Segmenten programmieren wir jetzt unsere gewünschte offene Kontur. Wir starten zum Beispiel mit einer Linie bis X45 und Y5 gefolgt von verschiedenen weiteren Segmenten die die Kontur definieren. Ihre offene Tasche können Sie durch nahezu jeden beliebigen Konturzug definieren. Selbstverständlich können Sie diesen Konturzug auch aus dem DXF Editor oder dem Solid Model Import generieren und als offene Tasche definieren. Das letzte Segment in unserer Kontur ist wieder eine Linie bis X-5 und Y55 um erneut aus dem Bauteil herauszufahren. Unsere programmierte Kontur sieht in der Simulation dann wie folgt aus. Wie Sie in der Grafik nun deutlich sehen können, haben wir sehr viele Rückzugsbewegungen, die durch die Steuerung gelb in der Grafik angezeigt werden. Dies kommt dadurch, dass in unserem Beispiel der Endpunkt der letzten Zustellbewegung sehr weit von dem Startpunkt der nächsten Zustellbewegung entfernt ist. Durch einen Programm Parameter, den Sie über die Taste Eingang und den Softkey F4 unter der Registerkarte Fräsen 2 erreichen können, können Sie dieses Verhalten der Steuerung verändern und zwar unter dem Adaptipass Verbindungslängen Faktor. Dieser Parameter definiert, ab welcher Länge die Steuerung eine Verbindungsbahn in eine Eingangbewegung umwandeln soll. Multipliziert wird dieser Faktor mit dem Fräserdurchmesser. Bedeutet also, ab einer Länge von in unserem Beispiel 5 x 8 mm wird die Bewegung nicht mehr am Grund durchgeführt, sondern in eine Eingangbewegung umgewandelt. Um in unserem Beispiel die Rückzugsbewegung zu reduzieren, ändern wir den Faktor von 5 auf 15. Das Resultat ist in der Grafik deutlich zu erkennen. Wir haben nun keine Rückzugsbewegung mehr und der Fräser verbleibt permanent am Boden der Bearbeitung. Selbstverständlich können Sie diese Art von Programmierung sowohl im 3-Achs als auch im 5-Achs-Bereich anwenden. Wir möchten nun unsere Bearbeitung auf eine weitere Seite unseres Bauteils transformieren. Hierfür benötigen wir lediglich einen neuen Nullpunkt mit Schleppen-Startdatensatz, den Sie unter den Dreh-Tisch-Funktionen finden. In diesem Datensatz können Sie zunächst den Nullpunkt z.B. um Z-60 mm in unserem Beispiel verschieben und anschließend um die A-Achse um 90 Grad verdrehen. Jetzt können Sie Ihre bereits geschriebene Kontur über die diversen Satzfunktion kopieren und am Programmende erneut einfügen. Anschließend müssen Sie am Programmende das Nullpunkt mit Schleppen-Start durch einen neuen Nullpunkt mit Schleppen-Ende-Datensatz, den Sie ebenfalls unter den Drehtisch-Funktionen finden, wieder beenden. Mit dieser einfachen Datensatzkombination haben Sie aus Ihrem 3-Achs-Programm nun ein 5-Achs-Programm gemacht, was in unserem Beispiel genau so aussieht. Zunächst wird die Fläche auf der Oberseite bearbeitet und anschließend auf der Vorderseite. Das war unser Tutorial zum Thema offene Taschen Trocheidal bearbeiten. Schreiben Sie uns doch gerne einfach mal Ihre Erfahrungen mit diesem Feature in die Kommentare und liken Sie gerne auch das Video. Natürlich können Sie es auch gerne teilen. Wenn Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen wollen, abonnieren Sie auf jeden Fall auch unseren YouTube-Channel. Seien Sie auch auf jeden Fall gespannt auf unsere nächsten Videos. Bis dahin möchte ich mich dann auch heute wieder verabschieden und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus der AWT.